Der Gedanke der Konkurrenz ist heute allgegenwärtig. Wir brauchen nur auf Wirtschaft, Politik oder gar den Sport zu schauen. Warum das so ist und was eigentlich dahinter steckt, darüber unterhalte ich mich mit Professor Dieter Hattrup in unserer neuen Serie Natur und Gnade, das Drama von Gott und Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020